Ich bin noch am Handy, Hilfe. Ja, man sollte nicht ans Handy gehen. Ich darf das. Könnte ich das gerade blocken, ich weiß es nicht. Ich kann's dir das heute nicht sagen. Nein, nein, bitte. Als ob ich die... Oh Mann, das Spiel ist doch kacke. Ob ich die Letcher wieder nicht gedrubbt habe. Das ist weg. So ein Witz. Nee, du bist einfach nur schlecht. Das ist echt so ein Witz. Oh, die Bomber haben und die Tage waren nicht schlecht. Die haben mich gefeiert. Ey, warum mache ich eigentlich auch wirklich Sachen? Ich verstehe es nicht. Ich weiß auch nicht. Das ist aber eine gute Frage. Warum machst du Sachen? Ich verstehe den Charakter gar nicht gerade. Ich merke es irgendwie. Aua. Machen wir nicht. Geh weg. Und fertig. Fuck. Hallo. Entschuldigung. Geh mir... Bleib mir vom Leib. Mach's doch gar nicht. Warum habe ich dich gerade weggeschoben und... Die erste Ulti, die ich in meinem Leben sehe. Äh, nehm, in meinem Leben auch. Was? Nein! In dem Spiel. Die erste Ulti. Hallo. 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 Oh, hier bin ich durch. Jetzt... Ah, hör auf mich zu nerven. Und mein Monosku-Dusing. Oh, boah... Weg! Habe ich ganz klar noch geschafft, hätte ich gesagt. Habe ich ganz klar noch geschafft. Habe ich ganz klar noch geschafft. Siehste, siehste, ich steh wieder hier oben. Ey, was mache ich? Was mache ich doch nicht? Frag mich nicht. Den Fall machen wir nicht. Wenn ich down gehe, dann nur nach meinen Bestimmungen. Sag doch einfach Kirby. Komm schon. Ah Mist. Oh, ich bin doch der Hammer. Jetzt sprechen wir über... Normale Menschen hätten das vielleicht gecountert. Ich bin aber kein normaler Mensch. Und normale Menschen wären da auch nicht reingelaufen. Ah ja, kommst du da auch wieder raus aus dem Block? Hast gehört? Du bist mein. Tschüss. Hallo, was soll das denn? Ungünstig. Ungünstig gelaufen. Muss dann einfach mal an der Stelle. Muss genau die Rippe treffen. Würden sie... Warum stehe ich denn in die falsche Richtung, Mann? Hallo! Oh Mann, da haben wir ihn so cool da unten. Egal was, ich muss wegfliegen. Hallo, nein! Platz lang rum, du kannst! Tja. Egal. Abfliegen gezeitet. Ach se! Uff! Ne, ne, mich kriegst du nicht. Mann, Kirby hat aber auch wirklich... Also wirklich... Es ist mir egal was Kirby hat. Oh! Oh, 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 oh! Hey, was macht das? Also egal was Kirby hat, ich hab ne... Waffe. Oh ne Waffe, das ist Kirby. Was hast du? Kirby! Das ist keine Waffe. Ah, ja. Echt so ein ranziges Move mit ihm, ey. Oh, ne. Was ist das? Nein! Das musste jetzt passieren, ne? Das ist nicht wahr. Hat irgendwas gedrückt. Du bist eine Nervensäge. Jetzt stirb. Du kleines, rosa Felgknoll. Ich möchte nicht sterben. Kirby ist gar kein Felgknoll. Fällt mir immer grad auf. Was ist er? Nein, was ist Kirby denn Felgknoll, alter? Ich weiß nicht, warum er das ist. Ich kann's dir nicht fragen. Oh! Was war das? Das hab ich noch nie gesehen. Oh, komm schon, Ascent. Oh mein Gott, ich hab das getroffen. Wer ist denn? Ja, was ist denn? Ne, 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 egal was mir geht. Es ist zu spät, um sich zu entschuldigen. Du kannst es auch nicht lassen, Bowser zu spielen, ne? Ich mag den halt. Du willst halt immer wieder nach Dresden. Das ist was, was mich nervt. Ich mag den halt. Es fängt jetzt schon wieder an. Jetzt direkt hier, zack. Kann ich direkt mit dir wegfahren. Nein! Fast geschafft. Ja, ist das nicht gewusst? Komm mir nicht zu nah. Warum geh ich nur? Warum kann der das? Äh. Guter Mann. Mach mir nur ruhig weiter, der Mensch. Mist. Äh, Lucario. Hä, weiß das nicht? Lucario, je mehr Damage du mir machst, desto stärker wird meine Aura. Jetzt hör doch mal auf! Mach dich bereit für Apache, Alter. Es ist ja auch Apache, Alter. Was kann der denn? Alter, das siehst du jetzt gleich. Der kann. Der fährt mit dir nach Dresden. Der macht was anderes. Jetzt geh mal weg, du nervst, Alter. Der fährt mit mir nach Dresden. Ja, das ist Apache, hallo. Tschüss. Nein, geh weg von mir, Mann. Schön, dass du die Attacke nicht einsetzen wolltest. Ey, mach's mal. Tja, setz dich nicht. Das ist aber äußerst close. Leg dich nicht mit Apache an, Alter. Wie viel überlebt denn der Junge? Hä, ist halt Apache. Da kommt ne... Oh, das war vielleicht ne dumme Idee. Das war doch genau, als du deinen Flash bekommst. Das war halt eigentlich schon... Ja, aber da hast du keine Chance gegen Apache. Pause. Das wäre nicht gespielt. Nein! Oh, ich hab mich jetzt selbst gekillt gerade, ne? Aber das war's nicht wert. Nein, das war's nicht wert. Das war's nicht. Alter. Tschüss. Warum lauf ich da auch rein? Ich wusste gar nicht genau, was du machen willst. Ja, dein Smash bringt dir jetzt auch nix, Kumpel. Ja, dein Smash bringt dir jetzt auch nix, Kumpel. Ja, dein Smash bringt dir jetzt auch nix, Kumpel. Bisschen zack. Das war's dein Smash. Was? Nein! Was? Bruder, war das die Down-Special? Mach ich bereit für Apache, Brudi. Jetzt hör auf wegzulaufen vor Apache. Alter. Das bringt dir gar nix. Das ist doch cool. Ich hab auch legit gar keine Ahnung, was meine Ability finde. Was war das denn? Das ist dein... Hä, als ob das... Apache Kick. Das war ja wohl ein Witz. Ins Gesicht war der, Alter. Ich hab dich ja geangelt. Wow, ich lau... Ich... Ich bin auch noch so intelligent und lauf da rein. Hör. Oh! Geh mal raus! Ja, komm her. Ich hab deine Schafe. Was ist das? Und tschüss. Ich check den... Keine Chance gegen Apache, Alter. Ich versteh den Chaga nicht gerade. Das ist einfach keine Chance gegen Apache. Ist das? Was kann das? Hallo? Es kann Attacken einsaugen. Ich bin... Ich bitte um Erklärung. Wo ist der einzige gewohne Föder, den ich gerade? Du hast trotzdem keine Chance gegen Apache. Gib's auf! Dein blödes Angeln wird dir nix bringen. Denn Apache ist da. Oh, warst ja voll drin. Hat ja... Übelst am Föder. Nö. Ah! Haus bauen! Raus bauen! Nö. Da ist ja wohl voll drin. Kein Haus bauen. Kann nicht. Check dich bitte wieder echt. Huh! Das war höhlt. Und tschüss. Aber das kann keiner wirklich, dass meine Einsetzung nicht gemacht hat? Nee, das ist deine Abi. Das kannst du doch bei niemandem. Doch, klar. Hä, nein. Also gut, bei ein paar kannst du es. Aber nicht bei jedem. Das ist meine Abi. Das ist meine Abi. Doch, das war deine Abi. Ey, was? Wie... Wie konntest du Apache raushauen? Das ist meine Abi. Der soll einfach... Du hast keine Chance gegen Apache, Alter. Guck mal, ich hab deinen Luftballon zerstört. Jetzt sogar beide. Oh, was war das denn für eine krankere Mühle? Das war Cheerleader, Alter. Ich bin Cheerleader. Cheerleader vs. Apache. Diese Erdbeeren... Diese Erdbeeren... Diese Erdbeeren... Wenn man auch will. Das war Todtropf. Ja, ja. Das war ein Tupf. Was war das? Das war der Mockenprank. Mockenprank! Nö. Aber Apache ist da. Poli. Runter. Wieder raus den Boden. Nö. Stirb endlich. Das liebe ich. Ich muss aber leider fühlen dich. Oh, Break! Boah, die sieht schon aus. Da hat sie gar keinen Bock mehr. Ey, check den Schaar eigentlich gar nicht mehr. Das ist das Geilste an der... Du hast einmal keine Chance. Ey, warum... Wo baust denn du dein Haus, Alter? In der Luft? Wer ist denn so intelligent und baut sein Haus in der Luft? Auf welchem Boden willst du den Baum? Auf dem Luftboden, du Luftka... Verdammt. Ey, was macht denn diese Angelrute mit mir? Das einzige, was in der Luft ist, ist nur mal Luft. Und halt Apaches Faust. Damit gehst du auch down, Kumpel. Und zwar genau jetzt. Ich hoffe, wir haben keine Chance. Ich hab noch keine Chance. Wir sind ja auch wieder zu treffen.